Hallo, Maryshu. Novid, komm zurück. Ich bin in der Pandemie-Versäu-Versäu-Versäu-Versäu-Versäu-Versäu-Versäu-Versäu-Versäu. Mein Name, mein Name ist eine Wersäu-Versäu-Versäu. Es ist deine Rutschko. Zwei Wochen nach der Impfung. Okay, was haben wir hier? Schmuggler, Grün. Pakistan. Sprungne Scheinwerfer. Alter, 45. Und Impfausweis, müssen wir gucken. Okay. Na, das wird ja ein Spaß alles. Das nimmt ja richtig Arbeit an, hier. Wo raus hier. Ja, ja. Ist schon klar, Alter. Was ist denn mit Scholek? Lass den mal in Ruhe. Der hat halt frei. Geh mal weg hier, Fatty. Wenn ich da reingucken will. Ja, der scheint zauber zu sein, der Kollege. Der macht sowas nicht. Was ist denn da überhaupt drin? In dem Scheißwagen. Wir laden mal aus, den ganzen Rutsch. Ja, ja, beruhig dich. Mach Kollege, mach das wieder rein. Mit Freude. Freude und Leidenschaft. Ich will nur gucken, ob da noch irgendwo was schmuggelst, du Schwanz da. Wo ist das? Den haben wir. Dann räumen wir da rein. Was? Was habe ich jetzt draufgeklickt? Habe ich da richtig geklickt? Ja, ne? Ja. Gut. Riechst mich jetzt schon auf, dass du alles hast. 8FA passt. Kommen wir hier noch. 7, 1, 1, jo. Im März. Ja, ja, das ist auch. Oh, geht 78. Ist ja witzig. Ja, ja, warte doch kurz. Ich bin ja so, zeig mal deine Hackfresse. Siehst du wirklich so beschissen aus, ey? Ah, du Armer. Hm. Ja, das hat auch gestimmt, ne? Hier. Du Novit-Meister. Dümmelig, ey. Na komm, schieb ab hier. Braucht eine Stunde, der Vater, ey. So, raus hier aus der Scheißgar. Du gefällst mir jetzt schon, ey. Komm raus hier mit dem geilen Jogger. So, ist das Speziallampe? Ja. Hat doch schon mal alles hier, ne? Spiegel hat er. Oh, Reifen kaputt. Bloßstange fehlt. Okay. Okay, da haben wir also einen Kandidaten. Haben wir da also, ja? Ah. Okay. Brauche ich dann die Schaufel dafür, oder was? 2800, sagt er. Sag ich ja auch immer. Warte mal, Kollege. Ich muss jetzt mal hier. Jetzt sind der April, das wäre ja sogar auch noch gegangen, ne? Ich muss erst mal hier schauen, ne? So, wo ist denn die? Habe ich die Schaufel? Nö. Aber wir haben eine, das weiß ich. Ähm. Meine Heugabel da weg. Was soll ich denn da machen, ne? Was ich denn da mache? Mach was ich will, du Arsch. Zeig mal deine Sitze hierher. War ich hier überhaupt drin? Sippsitz hier. Mach ich mit meinem Messerchen gleich auf. So, ich habe dir das da nicht reingesteckt, ne? Das war schon du, Kollege. Gibt es hier auch noch was zu öffnen? Und hier der Tank war auch noch. Fällt mir gerade ein. Warte mal, da haben wir mit dem Brecheisen drauf, oder? Ach, Axt brauchen wir. Wo ist das Zeug? Na gut, dann haben wir ja alles, ne? Dann machen wir dir jetzt mal hier den Handschellenmeister. Guck mal, da ist ja schon einer drin. Guck mal, ihr beiden. Viel Spaß. So, wo ist hier, Kollege, Wegbringer? Bin doch nicht immer so weit. Was machst du eigentlich hier? Ja, ja. Wolltest du dir einen durchziehen? Wolltest du dir hier. Ja. Ja. So, nächster. Der nächste Schmuggler, bitte. Was ist hier? Resette, lass mal, du Arsch. So. Komm mal raus hier gleich. So, jetzt schauen wir mal. Ja, zwei Spiegel. Die Reifen sind in Ordnung hier. Ja. Wolltest du Wasser, Hanlon? Ja, ja. Na gut. Was so ist. Aber sieht auch gut aus. Ja, wir fährt mit dem Huhn durch die Gegend, das ist schon klar. Ich glaube nicht, dass ich das ausräumen muss. Ein Huhn hat er dabei. Was ist denn mit dir, ey? Hier ist noch mehr Scheiße von dir. Ja, ja. Du fährst mit dem Huhn im Auto, ey. Auf den Raum, ey. Was hat er denn? Vier Gepäck. Wie viel hatte ich gefunden? Zwei. Ey, wo hat er denn noch was, ne? Wieso? Dann laden wir mal alles aus, aber da ist ja nichts mehr. Ach, das sind ja zwei Gepäckstücke. Ach, ne, das ist das, was ich habe, ne? Ich bin ja behindert im Schädel, ey. Okay, ne, dann passt das einfach nicht übereinander, weil der hat ja nichts mehr. Hier räumen rein. Ja. Das Einräumen der Fachbrief stimmt nicht. Das stimmt nicht, Kollege. Ich zeige mal ein Kennzeichen. Gut. Wenn man deine Hackfresser. Gut. Aha. Mein Gott, nee. Hm. Wenn man die Nimmerchen... Die stimmen wenigstens. Ja. Guck mal, wie er dabei, Alter. 19. April. Was ist da auch? Oder? Na, das sind keine zwei Wochen, oder? Wir holen uns mal mit rein. Wo ist denn das? Abtägliche Bestimmungen. Er hat das dann gleich gemacht, oder wie? Okay. So, hier, Fahrrad. Irgendwas. Tschüss. Ach ja, ich höre das jeden Tag. Komm, fahr bloß, Alter. Sag, der Fahrrad, ey. So, ein dicker auch noch hier. Oh, ja. Komm mal raus, hier. Ah, fühl ich mich einfach besser. Ja, schön, wie du das kannst. Du bist ja ein Zauberer, bist du. Richtiger Zauberer, bist du. Okay. Ah, sieht gut aus, dein scheiß Auto. Das ist gar nichts. Ich muss mich noch mal reinkicken, ey. Ja, 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 weißt du. Und hinter hast du hier irgendwo ein Fläschchen stehen, Fatty? Ich muss da schon gucken, ey. Ach, du Scheiße. Das müssen wir alles rausholen, ne? Das ist klar, Fatty. Das müssen wir rausholen, ne? Du die Hütte voll hast. Haben wir alles, ne? Fast. Kurz einen Blick. Aber. Da ist nichts. Wo ist der Kollege? Da hinten. Komm her. Einräumen. Sehr schön, machst du das. Ich hoffe, Fatty, bisher sieht es gut aus, ne? Schauen wir mal, was wir haben. Käsekiste, drei Dinge mit das... Sieben. Oh. Fängt ja gut an mit dir, ey. Oh Gott, das will. Äh, das passt wenigstens hier. Er hat wirklich die volle Breitseite, der Typ, wo ist die Scheiße? Haltbarkeit, aber weg. Sag mal deinen Ausweis hier. Da heißt der Rappik, alter, da heißt der Rappik. Der ist ja komplett durch den Wind, der Mann. Okay, das hätte wenigstens gepasst, ja. Kennzeichen hatten wir auch geprüft. Ich glaube, ja. Nö, ja, dann, äh, ja, äh, hier, komm. Ja, ja, komm, fahr. Fahr, mach keinen Scheiß. Ich schieße dich auch sofort aus dem Sitz raus hier, ey. Boot, war da nicht irgendwas? Ja, ja, komm. Was hast du, Karre? So, kannst du das Licht checken? Karosserie, schau mal hin, ne? Scheinwerfer hin. So fängst du ja gut an, ey. Äh, gegner. Aha. Der hat ne Kuh da bei der Sitzel, komm. Der fährt mit ne Kuh durch die Gegend. Warum hast du denn keine Stoßschlange? Was soll denn das? Ja, 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 sehr gut. Warte, ruhig dich mal. Oh, was ist denn jetzt für Musik, ey? Geht's ab. Oh, ich find da sonst nichts mehr. Einmal hier, geh ich zu. Aber der hat zwei Kühe dabei. Ach komm, was ist denn mit dir, ey? Äh. Äh. Das stimmt. 21. Juli, 19. Dezember. Das stimmt auch. Hier steht der Name nicht. Nee, ja, 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 16. April. Okay, das passt. Gut, dann haben wir das auch. Frachtbrief haben wir auch. Ups. So, das, das, das. Das, das, das. Das. Unter drei, verstehst du. Gut. Man muss so lassen. Was gut. Doch. Die Leine. Warte. Falls der Hund hier irgendeinen Scheiß macht. Wir sind hier. Haltung. Novit 78, naja. Und ein bisschen Spiele sind abgesagt. Das ist doch was Feines. Okay, morgen haben wir viel zu tun. So, wie viel hatten wir hier drin? Zwei, da fahren wir erst, wenn wir vier haben. Oder hier ist ja auch komplett leer, fast. Und der Dünsch ist da rein. Läuftig. Läuftig. Sehr gut. Haben wir noch genügend Lagerfläche? Mehr als genug, würde ich sagen. Können wir sich noch eine Schaufel kaufen? Das tut aber auch nicht wirklich Not. Wie viel Kohle haben wir denn? Sag mal, was können wir denn noch kaufen? Höfen. Irgendwas Schönes, Kleines oder so. Sag mal. Okay, dann können wir. 1300. Oh, erstmal nichts. Ah. Der überhaupt mal. Der hat ja nicht mal eine Pistole oder was? Komm. Krieg der wenigstens eine Pistole, weil das ist ja nicht zum Ansehen, ne? Können wir auch nochmal aufholen. Und den auch nochmal. Und den holen wir auch noch auf. Den auch noch, komm. Der war Meister Kowalski hier. Hätten wir noch einen. Können wir uns den auch noch können? Ah, komm. Erstmal nicht. Sag mal. Wer tut nie was anderes. Das ist der Beste. Na schau ja, er ist jetzt ja auch schon besser ausgerüstet. Da sieht man das schon. Wer ist denn dein Ballermännchen, hä? Wo ist denn der Wachturm, bitteschön? Ist das der da oder was? Da sitzt dann einer drin. Ah. Ah. Kowalski, alter Hund. Du hockst dann da drin und er bleibt eh noch da. Ja, warte Kowalski, dir fliegt bald die Hütte hier um den Ohren. Kommen wir mal gern durch den Wald da hinten. Ja, super. Dann gehen wir pennen. Und sehen uns dann nächsten Tag wieder. Ich sag danke fürs zu sehen. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Untertitelung. BR 2018